Eine neue Kollegin, Klaus und Anja unterwegs und 44 Hours. Hi, ich bin Matze und das hier sind deine EC-News. Das war die letzten Wochen so los. Anfang Juli kam die neue Ausgabe der EC-News in euren ECs an. Darin findest du alles, was du für die nächste Zeit für deine EC-Arbeit brauchst. Seit dem 1. Juli ist Sabine Enschel die neue Verantwortliche für die Patenschaften bei der sozialmissionarischen Arbeit. Herzlich Willkommen, Biene! Klaus war auf einer Evangelisation in Polen im Einsatz. Andi hat in Manchester das Manchester-Festival besucht, um neue Inspirationen für seine Arbeit zu sammeln. Das Team EC war in Dresden und Mainz im Einsatz. Nach einem Jahr heißt es auch bei den Freiwilligendiensten Abschied nehmen. Das passiert ganz festlich auf den Abschlussseminaren der Freiwilligendienste. Das steht an! Ab September noch nichts vor? Die Freiwilligendienste haben noch freie Plätze für dein FSJ oder BFD. Hast du schon mal Urlaub oder eine Freizeit in einem der EC-Freizeithäuser gemacht? Schau mal auf unserer Homepage nach und entdecke die EC-Freizeithäuser. Am 17. September ist der World Cleanup Day. Und die sozialmissionarische Arbeit steckt schon mitten in den Vorbereitungen. Also, save the date und schau bei der sozialmissionarischen Arbeit vorbei. Du hast Bock auf 44 Stunden Input, Action und Gemeinschaft? Dann ist der Schulungskongress 44 Hours im Januar 2023 genau das Richtige für dich. Der EC wünscht euch gesegnete Sommerferien. Die EC-News gehen in die Sommerpause. Ab September sind wir mit frischen News für euch am Start. Bis dahin, seid gesegnet!